Ich wurde um die halbe Map geworfen Ich bin voll in nem Haus rumgepoltert Ich hab immer das gleiche Das war Killer Es war nicht Killer, was redet ihr? Immer bin ich mit dem Killer-Trainer Das ist immer so Ja wer hat mich dann angebadert? Ja ich nicht Also ich seh Cushy da oben, wie er mit seiner Snipe die ganze Zeit schiebt Dann wär ich einfach gera- Ohohohohohoho Headshot Möchtest du einen Headshot haben? Nein, möchtest du einen haben? Nein Kennex will einen haben Er hat keinem gesagt, er will einen haben Ja ok, das hab ich auch so gehört Alter Ja ok ok Neo mach Neo 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 Willst du es wieder als Ganzes hochladen? So die ganzen Folgen? Ja Also ich guck, ich werde später noch entscheiden Also morgen, wenn ich bearbeite, entscheiden ob ich die Facecam oder nicht Das ist wie gesagt alles scheiße mit der Belichtung Und dann lass ich es zum Großteil einfach zusammen Ich bin bei Kennex, ich bin bei Kennex, ich bin bei Kennex, er bewegt sich schon wieder kacke Er bewegt sich schon wieder kacke Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Macht ihr oben Party? Ja, wir machen oben Party Runter Killer Weg Killer Hey, hey Ok 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 Aber ich komm wieder hoch Ja Oh fuck von dort hinten, dort hinten Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Nein Wieso hast du mich gekillt? Weil Neo hat auf einmal neben mir gestanden und geschossen Tapp ich Skyscraper müssen wir noch machen, das ist ziemlich cool Jedes Mal, letztes Mal habe ich auch so laut geschrien So aaaaaaah Wir haben Konferenzraum Aber das ist doch, hier ist der Konferenz... Wer schießt denn da rum? Ich muss den Beamer reparieren Ja wir müssen noch einen Vortrag halten, denkt dran Denk dran Männer, 16 Uhr ist Abgabe Ah komm Ok das geht's Also, ich will wirklich, dass wir hier unser Geschäft optimieren können, meine Herren Wo ist denn der scheiß Konferenzraum? Ich fang schon an und bin überhaupt nicht da Das ist echt Ich lauf durch den Gang und erzähl schon, ja, also, äh... Die Einkünfte... Gernix Hier, bleib stehen Hier, schenk ich stehen Ah, dankeschön, sehr gut Kann das sein, dass wir die Traitor eingeschlossen haben? Guck mal, Cushy ist Detective Neo ist es bestimmt nicht, weil Neo einfach voll freundlich ist Alter da... Wo sind die coolen Fässer? Ich will wieder mit einem Fass rausgeschleudert werden Oh Gott, ich mach jetzt was voll cooles, hoffentlich funktioniert's Hallo Hallo Oh Gott, bin ich gut Ihr werdet es nicht glauben, ich bin vom Dach in den Konferenzraum gesprungen und es war ultra cool Was? Oh mein Gott Ja, ich weiß, ich weiß Manchmal bin ich schon so ein bisschen... Oh mein Gott Nein, nein, ich weiß schon wer es ist Ja, gut Also... Neo Die einen sagen so, die anderen sagen so, nicht wahr? Gena, lebst du noch? Ich leb noch, ja Ja Aua Was hast du gesagt? La 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 Die Die Giant Bomb Warum seid ihr jetzt noch im Leben? Weil wir... Oh Gott, haben wir gesehen wie gut ich bin? Oh mein Gott Killer Bester Ey, ich hab so drauf Ich mach hier so ein Parcours Video, wie ich durch die Scheiben lauch Mach mal alle Scheiben auf, dass ich hier wieder reinspringen kann, falls ich schnell weg muss Der Herr Stuntman T-T-T-T-T-T-T-T So, alle zur Konferenz, alle zur Konferenz Heute besprechen wir das hier Alle zur Konferenz jetzt Okay, Moment, ich bin... Scheiße, ich komm zu spät, ich komm zu spät Ich auch, ich hab Feuer gelegt im Gang Scheiße Warum tust du das was? Ich weiß auch nichts, war ein Unfall Ich hab Feuer gelegt Ja, also... Ich wollte doch eigentlich... Die Granate wollte ich mir doch für euch und von... Für den Konferenzraum aufheben Komm, komm, Leute, wir machen voll den Linien Okay Aha, Detective, wie bist du jetzt hier... Detective? Wie bist du hier hochgekommen? Den Hex? Oh Gott, Scheiße Scheiße Ich bin am falschen Fenster Da kann man nicht rein Scheiße Warum geht das... Warum geht das nicht kaputt? Oh, es geht kaputt Alles cool, alles cool Panik umsonst geschoben Das hört sich ganz nach Traitor an Kommt mal alle her, Leute, dann machen wir die Augen zu Dreht euch mal um Und wir machen eine Konferenz Wir machen eine Smoke-Party hier Ich hab eine Smoke geworfen, Leute Keine Angst, das ist nur eine Smoke Ich schmeiß auch eine Okay, sehr gut Okay, komm, lass uns reingehen Okay, los geht's Und jetzt schießen wir durch den Smoke Und vielleicht stirbt jemand 3, 2, 1, los! Wir warten es, Alter! Also irgendjemand Das kann ja immer auf mich drauf gefallen Irgendeine Leiche Oh, fuck! Oh, nein! Vorsicht! Freestyle, Alter, dring jetzt ab Lauf, lauf, lauf! Die sind alle verrückt geworden Die schießen Oh Gott, schnell! Freestyle, komm! Oh, Freestyle, der ist doch gar nicht bei mir Schießt der immer noch? Ihr seid doch verrückt! Bäm, 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 dä, dä, dä Wie ist es keiner da? Dä, 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 dä Dä, 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 dä Hey, warum man es drauf könnte Dä, 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 dä Dä, dä, dä Dä, dä, dä Verdammt Ey, ich bin so... Kennex, was? Kennex, was? Ja, du warst der Letzte Ich hab die Giat-Bombe benutzt Aber Kennex, hast du gesehen, wie cool ich gekommen bin? Rein durchs Fenster und es war keiner mehr da? Yeah! Ja, ich krieg dich unter! Weißt du, mit fünf Giat-Bomben am Kopf Lalalalalala und es ist niemand da Also jedes Mal, wenn Mantu sprichst, musst du es rauskriegen Immer wenn Mantu so was sagt wie Also Leute, ich hab voll den guten Plan und zwar Tsch, weg Also ich persönlich find's besser, wenn das geschnitten wird Also wie du eh dann nimmst Dann schneide ich das aus Ich versuch so viel wie möglich hin vorzuschneiden Ich bin übrigens Detective, endlich! Wenn du GTA aufnimmst, wie lange nimmst du da eigentlich auf Und dann am Ende schneidest du das? Also das aufnehmen soll ich Ich spiel meistens eine Stunde da drüber Und dann kommt dann fünf Minuten Material raus So ungefähr Das ist ziemlich wenig Aber da kommt zwar auch was ordentliches raus Also Thumbs up Dankeschön, dankeschön Ich hab die Honey Badger Ja einfach nochmal für Oh mein Ich hab überlebt Was hat sie gemacht? Ich bin aufm, aufm, hier Philip mit dem Fass losgelaufen Und dann einfach drauf geschossen Der hat gestorben Ich hab überlebt Hey! Hier ist ein Fass in deiner Hand Vorsicht, Neo Neo, geh weg mit dem Fass Neo, nein! Neo? I have pretty Angst, Neo! Der schafft das auch noch Das ist es mir wert Wie geil! Wenn du schießt Boah, Vincent, wie awesome das einfach war Hat jemand eure Awesome und das aufgenommen? Nehmt ihr auf? Ja, ich nehm auf Ich hab das alles Sehr gut, perfekt Da oben mit geschossen Wieso? 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 Kuschi, was war das gerade eben? Wie viel hast du umgebracht, Kuschi? Du verrückter Ich hab gar keinen umgebracht Hier ist einfach nur alles explodiert Ich hab das schon angeguckt Willst du's, willst du's, willst du's von Traitor? Ja, es kann ja nur noch Vincent sein Ah ne, PDW-Krafter Jemand tat mich random Wie und der Killer Wie und der Killer Also Ich wollt grad sagen Kenex ist bestimmt Detective und Traitor zusammen Leute, was Ihr seid doch schon wieder aufm Dach Und habt Spaß Mento, komm wir gehen mal aufs Dach Was langt mir jetzt doch Ich hab nicht grad proven Ja, guck mal Kenex ist allein hier oben Da liegt ein Toter bei ihm Achso, die Feuerkanade war von mir Ich hab Panik bekommen Ja, ich wohne in einem sehr großen Bandschrank Leute Na, wie bei Harry Potter, so in der Treppe drinnen Genau, ja Und manchmal kommt mein kleiner, fetter Bruder Und tritt rum und sagt Harry, aufstellen Ja, das ist ja schnell Ah, das ist ja schnell Das haben wir gut gemacht Kuschel, das haben wir gut gemacht Zwei randoms Zwei randoms Zwei randoms Yes Ouahah weiter Eskaliert Aber wie As Der Winzes Umknappen oder Nietzsch was Sollte Das haha was Sollte Das Ouas mensch Ich hab einfach Gerucht hmmmm freestyle ich hab es genau gesehen voglo ich hab dich gekehlt am bad Keine Sorge Leute, ich werde euch beschützen. Opala. Mission Detective, hast du mich einfach... Ohne Discomo. Ich war... ich war... ich war innocent. Oh Gott, das war schon seit Hausschusssand. Alter, Cushy ist es. Cushy war... Das Geräusch. Äh. Du kannst dir mit Zähne bessere Waffe kaufen. Damit du mich abschießen kannst. Während ich im Kaufmenü bin. Komm Cushy, wir trennen uns mal ein bisschen auf. Cushy. Ach man, war die Zeit bei dir so toll. Okay, ja, es war echt schön mit dir Cushy. Wir sind... ich bin auch gleich wieder da. Ich muss noch kurz Detective Sachen machen. Das fast greift uns an. Das fast greift uns an. Tja, fast. Heute ist nicht dein Tag. Hehehehe. Blablabla. Ich kann wieder aus dem Fass rausgehen. Ich will aus dem Fass raus. STRG. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Oh, wie er schießt. Verdammt. Killer! Killer, dreh dich um! Killer, dreh dich um! Mento, ich sehe dich! Schieß auf mich! Schieß! Schieß! Komm die Scheißpester, Mann. Ich bin voll erschrocken. Kennenks, bei dir steht Trigger Happy. Ich weiß! Ich zieh auf deinen Kopf keine. Sag ich mal abdrücken. Bei dir ist jemand, bei dir ist jemand. Bei dir ist Neo. Ich hab noch... Oh, schieß! Was habt ihr getrieben? Detektiv, bist du das da oben drin? Ah, ist der Detektiv. Okay, alles klar. Ich schießen. Ich schießen. Dann kann es ja nur Killer sein. Moment, Moment, Moment. Ich bin Innocent. Ich bin Innocent und du bist Detektiv. Es muss noch jemand leben. Power to craft bei mir. Power to craft ist kein... Ne, ne, es ist Killer. Ach so, Power to craft. Killer ist es Killer. Nein, es ist Killer. Es ist Killer. Es ist Killer. Es ist Killer. Verdammt. Nein, ich hab Killer. Ey, ich muss jetzt gehen. Okay, okay, gut. All hopp, gell? Dann bis zum nächsten Mal. War schön. Ich hab's akustisch nicht verstanden, weil Mento sich übelst eincoilt. Oder irgendjemand macht auch die ganze Zeit. Nein, er hat eine Granate geworfen. Curse I'm happy. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Gut, dann werde ich jetzt... Dann mach ich jetzt... Bin ich denn... Ja. Ihr könnt alle nochmal Tschüss sagen, wenn ihr wollt. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Oh yeah, ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Da剛剛 hermit. cych jag Ich gegense Ich bin immer flower. Erong